ARD Text im Auftrag von Funk Also könnte man auch sagen, Harlow ist eine Geisterstadt? Wir haben eine Vision für diesen Ort. Es braucht nur etwas junges Blut. Ich will hier nicht leben. Es ist eine Chance für Leute, irgendwo neu anzufangen. An einem sicheren Ort. Hey Leute, ihr solltet... Ihr solltet das hier sehen. Was macht ihr in unserem Haus? Ihr solltet wirklich nicht hier sein. Oh mein Gott! Hier spricht Hades T. Sally! Ich befürchte, dein alter Freund ist zurück! 50 Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet. Nur um ihn wiederzusehen. Wen? Leatherface. Verlust! Scheint, als wärt ihr das, was er will. Ich werde nicht zulassen, was er dich tötet. Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses. Ist das ein Scherz? Wirst du gecancelt, Bro. Oh, fuck. Es ist keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin�an will, dass du die Dinge nicht st acquis bam. Oh, okay. Und das muss ich zum Beispiel Machine. Und das muss ich da unten hoch andare. Also hoffe ich bin, alles hoahse. essel ich möchte gerne ab und ziehen. Ich sehe mich.